Ja, woran geht denn die? Die fährt wahrscheinlich gerade erst durch. Macht jetzt ganz Sinn, wenn die U-Bahn kommt. Ja, macht echt Sinn, wenn die U-Bahn kommt. Fahren die jetzt links da? Keine Ahnung. Ja, dann fangen die jetzt. Wahrscheinlich. Vielleicht schon irgendwie Kratzer aufbauen oder sowas. Kannst du gehen? Ja.